Theta Flying Meditation Lang Setz dich entspannt hin und schließe deine Augen. Es ist gut, wenn dein Oberkörper aufgerichtet ist und deine Füße nebeneinander auf dem Boden stehen. Allerdings geht die Übung auch im Liegen, ganz wie du möchtest. Atme tief ein. Ein und aus. Wiederhole dies noch einmal. Ein und aus. Konzentriere dich auf deine Herzgegend und geh in Gedanken dorthin. Dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit hinunter in deine Füße und darüber hinaus. Stell dir vor, die Energie geht tiefer und tiefer in die Erde hinein. Fühl dich durch diese Energie ganz verwurzelt mit der Erde. Wenn du diese Verbindung mit der Erde spürst, geh mit der Energie wieder nach oben und anschließend durch deine Fußsohlen und anschließend durch deine Beine, die Hüfte, durch deinen Oberkörper und die Herzgegend. Weiter durch den Hals und den Kopf. Und den Kopf. Bis du am oberen Scheitel deines Kopfes angekommen bist. Stell dir vor, dort ist eine kleine Öffnung, die dich durch deinen Kopf hinauslässt in eine Lichtkugel, die auf deinem Kopf für dich bereitsteht. Trete in Gedanken in diese Kugel ein und schwebe mit ihr empor über deinen Kopf und Körper hinaus ins Universum. Halte den Blick auch mit geschlossenen Augen nach oben gerichtet. Du schwebst durch das Universum und darüber hinaus. Du schwebst ins Licht über dem Universum, einem allumfassenden, strahlenden Licht. Du schwebst weiter durch viele strahlende Lichterschichten, durch eine goldene Schicht, durch eine galatartige Schicht und durch eine regenbogenfarbene Masse. Du schwebst noch weiter durch einen rosafarbenen Nebel. Dann siehst du eine Öffnung vor dir, ein großes Fenster, ein Tor oder auch eine Tür. hinter dieser Öffnung siehst du schimmerndes, weißes Licht. Du schwebst durch diese Öffnung und bist nun auf der höchsten Ebene angekommen. Hier löst sich deine Kugel um dich herum und wartet auf dich, bis du zurückgehen möchtest. Hier fühlst du dich leicht. Die positive Energie fließt durch deinen Körper. Du fühlst die Energie wie wunderbare Wellen, die durch deinen Körper fließen. schwebe immer weiter hinein und genieße das Gefühl im Täter-Flying. Verweile hier und schwebe auf dieser Ebene. Genieße die Leichtigkeit. Genieße es zu schweben und zu fliegen. Du fühlst dich leicht. Sei einfach nur hier und genieße die Wellen und das Fließen. Lass die Energie der Liebe alle deine Zellen durchfluten und erfüllen. Lass die Liebe durch dich hindurchströmen. Jetzt sagst du innerlich wie eine Anweisung, Es ist angewiesen, dieses Gefühl herunterzuladen. Freude. Jetzt. Danke. Es ist getan, es ist getan, es ist getan. Zeige mir, wie es geschieht. Sieh jetzt vor deinem inneren Auge die Energie der Freude wie ein bunter Energiestrahl aus einer Dusche über deinem Kopf von oben nach unten durch deinen Körper. fließt. Fühle, wie die Energie der Freude jede Zelle deines Körpers erfüllt. Schaue dem Prozess zu, bis er abgeschlossen ist. Nun weißt du an, es ist angewiesen, dieses Gefühl herunterzuladen. Energie. 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 Danke. Es ist getan, es ist getan, es ist getan. Zeige mir, wie es geschieht. Sieh jetzt vor deinem inneren Auge, wie die Energie, wie ein bunter Energiestrahl aus einer Dusche über deinem Kopf von oben nach unten durch deinen Körper fließt. fühle, wie die Energie jede Zelle deines Körpers erfüllt. schaue dem Prozess zu, bis er abgeschlossen ist. Nun weißt du an, es ist angewiesen, dieses Gefühl herunterzuladen. Leichtigkeit. Jetzt. Danke. Es ist getan, es ist getan, es ist getan. Zeige mir, wie es geschieht. Sieh jetzt vor deinem inneren Auge die Energie der Leichtigkeit wie ein bunter Energiestrahl aus einer Dusche über deinem Kopf von oben nach unten durch deinen Körper fließt. Fühle, wie die Energie der Leichtigkeit alle Zellen deines Körpers erfüllt. und schaue dem Prozess zu, bis er abgeschlossen ist. Jetzt sagst du noch einmal innerlich wie eine Anweisung, es ist angewiesen, dieses Gefühl herunterzuladen. Selbstliebe. Jetzt. Danke. Es ist getan, es ist getan, es ist getan. Zeige mir, wie es geschieht. Sieh jetzt vor deinem inneren Auge die Energie der Selbstliebe wie ein bunter Energiestrahl aus einer Dusche über deinem Kopf von oben nach unten durch deinen Körper fließt. Fühle, wie die Energie der Selbstliebe jede Zelle deines Körpers ausfüllt. Schaue dem Prozess zu, bis er abgeschlossen ist. Wenn du dich aufgetankt fühlst, siehst du deine Lichtkugel wieder neben dir. du begibst dich wieder hinein und siehst über dir eine Lichtdusche. Dusch dich mit dir ab und schwebe dann mit deiner Lichtkugel wieder hinunter durch alle Ebenen bis auf deinen Kopf. Hier trittst du aus der Kugel heraus und wieder in deinen Kopf hinein. Langsam bewegst du dich durch deinen Körper, durch den Kopf, den Hals, deine Herzgegend und durch deinen Bauch hinab, durch deine Beine und Füße. Du begibst dich mit deiner Energie wieder über die Füße hinaus. Bis tief in die Erde, um dich hier zu verwurzeln. Fühlst du die Kraft auf der Erde, dann wandere langsam wieder hinauf bis zu deinen Fußsohlen, durch die Füße und durch die Beine und durch die Hüfte, durch den Bauch bis in deine Herzgegend. Hier in deiner Herzgegend angekommen, atmest du wieder tief tief ein und aus. Atme wieder tief ein und aus und öffne ganz allmählich deine Augen. und dann Und dann die an die die glücksehlen. Vielen Dank.